Also diese Hündin wurde von der Olivia von der Straße gerettet. Sie hat dort mindestens zwei Tage, wurde sie beobachtet, dass sie immer wieder hinter Autos hergelaufen ist. Man nimmt an, sie hatte ein Zuhause. Sie ist eine total lustige, nette, freundliche Hündin. Sie ist jung. Ihre Zähne sind schön. Ich schätze sie auf maximal drei Jahre. Sie wird jetzt noch kastriert und ja, sie schaut gut aus im Grunde, aber wie gesagt, sie ist erst seit kurzem da und ist aufgeregt, aufgedreht, aber sehr freundlich und ja, eine hübsche Hündin. Nicht sehr groß, also keine 50 cm oder maximal 50 cm. Nein, 50 cm ist sie nicht. Okay. Giustiniana. Giustiniana? Giustiniana.